Herzlich Willkommen bei FanTV. Mein Name ist René, wir sind Trendisch, Steines und Modern und ich freue mich auf auf bei jeder Berichterstattung. Bis dann. Ciao, ciao. Heute mal was ganz Besonderes, was ganz Spezielles. Wir sind heute in der Kaffee Rösterei in Tromau bei der Familie Kanzli. Ich freue mich auf euch und ich freue mich darauf, den Duft der Kaffee euch rüberzubringen. Bis dann. Ciao, ciao. Herzlich Willkommen bei FanTV und heute geht ein Traum für mich persönlich in Erfüllung. Ich liebe Kaffee, ich stehe auf mit Kaffee, ich schlafe ein mit Kaffee. Ich brauche kein Kaffee zum wach werden, sondern Kaffee ist mein Lebenselixier. Ja Holländer, Kaffee ist das neben Bier und Wein, eine der leckersten Sachen neben mir. Ich darf mich natürlich freuen. Ich habe hier, ich wusste gar nicht, dass wir in der Nähe so nah 15 Minuten von mir zu Hause entfernt gibt es eine Kaffee Rösterei. Hallo Olli, freut mich, dass du Zeit genommen hast und mit uns ein bisschen über den Kaffee, über die Herkunft der Kaffee, was Kaffee eigentlich alles macht und wie der Kaffee produziert wird. Natürlich finde ich persönlich auch ganz wichtig, nicht das Produkt nur der Kaffee, sondern auch der Produkt der Mensch, der hinter der Kaffee steckt. Olli, ich würde mich sehr freuen, wenn du mal ein bisschen von dir erzählst, was du außerhalb des Kaffee produzieren, was du sonst noch machst. Was sind deine Hobbys, was sind deine Leidenschaft, was macht deine Familie, wie auch immer. Das, was in der Typ preisgeben ist, das kippst du. Also das, was nicht preisgeben ist, bei mir muss man nichts getwungen machen, sondern das, was erzählen wir, die Zuschauer frauen sich immer hinter derjenige, wer das Produkt auf den Markt bringt. Bitte Olli, erzählen wir es. Also, zuerst einmal, danke, dass du da bist, super und danke fürs Interesse an unser Produkt. Ja, ich habe das Glück, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das heißt, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit etwas, was mir halt tatsächlich Freude macht. Ich habe einen ganz anderen Werdegang, habe 20 Jahre im Telekom-Sektor gearbeitet, international unterwegs gewesen, bei großen Konzernen und irgendwann hat es halt keine Freude mehr gemacht. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, so, was machst du jetzt so, meistens in der Mitte des Lebens, wo sich dann halt diese Frage stellt, was machst du jetzt eigentlich mit den nächsten 20, 30, 40 Jahren, die wir halt vielleicht auch nicht immer haben. Und irgendwann einmal sozusagen dein Leben zu Ende, auf was willst du zurückblicken und das willst du halt an den großen Budget-Mittings erinnern, an die du gesessen bist. Und ich habe dann tatsächlich etwas gehabt, was mir Freude macht. Und ich bin dann da gesessen mit meiner Frau und ich habe gesagt, was wollen wir tatsächlich machen. Ja, es soll etwas zu tun haben, was es tatsächlich Freude macht. Und irgendwann alles um Essen und Trinken herum auszählen, dürfte eine Altersstrafe sein. Ja, das habe ich auch immer. Dann habe ich gesagt, okay, es sollte etwas sein, in dem wir zumindest die Chance haben, wirklich gut zu werden. Und irgendwie sollten wir unsere Rechnungen auch davon zahlen können. Aber eine Frage, warum dann ausgerechnet Kaffee? Weil eigentlich Österreich ist ja nicht unbedingt das Land, wo Kaffee herkommt. Normalerweise mit Bedenken Wein oder andere Produkte. Wieso denn Kaffee? Meine Familie hat italienische Wurzeln. Also ich bin gebürtiger Kärntner, die halbe Familie kommt aus Italien. Und für mich war Kaffee immer schon ganz wichtig, schon von Jugendtagen an. Wo ich ein junger Student war und meine Oma aus Italien immer den Kaffee geschickt habe, habe sie gesagt, in Österreich gibt es eh nichts Vernünftiges. Und insofern war es immer wichtig. Und ich kann mich erinnern, ich habe mein ganzes Leben zum Beispiel eine Filterkaffeemaschine besessen, hat es bei uns zu Hause auch nicht gegeben. Also da gibt es die kleinen Mocca-Kannen, diese Bialettis. Und wo ich dann anfangen habe zum Arbeiten und im ersten Beruf, und da war halt so eine furchtbare Kaffeemaschine dort, und der Kaffee hat übelst geschmeckt. Und ich habe dann halt wirklich von zu Hause diese kleine Bialetti mitgenommen und habe für alle Kollegen im Büro angefangen, einen Kaffee zu kochen. Lecker. Und später war ich zum Glück beruflich in Positionen, wo ich habe entscheiden können, was es für ein Kaffee im jeweiligen Büro gibt. Und habe dann dafür geschaut, dass es einen vernünftigen Kaffee gibt und gute Maschinen und so weiter. Was ist dann für dich in Österreich, wenn man jetzt mal nichts verkannt sieht, da kommen wir ja später dazu, was ist dann für dich jetzt als Kaffeerüster, was ist für dich eine vernünftige Kaffee? Weil ich bin auch sehr kritisch, was Kaffee anbelangt, von der Säurekeit, von den Stärken und so weiter. Was ist für dich ein vernünftiger Kaffee? Also ein guter Kaffee ist der, der mir schwäncht. Okay. Das ist einmal das Grundsätzliche. Dann gibt es aber schon ein paar Sachen, die wir dabei beachten. Das eine ist, wo kommt der Kaffee her und wie wurde er angebaut? Kaffee ist nach Erdöl das zweitmeiste handelte Produkt auf der Welt. Dementsprechend wird viel Schindluder da mitgetrieben. Raubbauern der Natur, Abholzung vom Regenwald, Versklavung der Landbevölkerung und so weiter. Also insofern, wenn man es mit gutem Gewissen genießen will, sollte man diese Fragen stellen, wo kommt der Kaffee her, wer hat denn gemerkt, was steckt dahinter? Das nächste, was ist ein guter Kaffee oder damit er mir schmeckt, muss halt auch sorgfältig verarbeitet sein. Kaffee ist ein Naturprodukt, ähnlich wie der Wein. Das heißt, es braucht sehr viel Sorgfalt im Aufzucht und im Pflege der Pflanzen, bei der Ernte, bei der Verarbeitung der Kaffeekirschen zu Bohnen oder bei der Gewinnung der Kaffeebohnen und dann natürlich in der Verarbeitung, in der Röstung der Bohnen. Also du hast, Gaby, du hast ja zufälligerweise, vielleicht kannst du die Kamera mal kurz da rüber schummen. Da kannst du, wir haben die Kaffeebohnen in roh, also da vorne, kann man mal da hinlaufen. Ja, gerne. Du kannst ja auch da gerne dazukommen, das ist kein Problem. Weil da können sich die Zuschauer vielleicht ein bisschen mehr daraus machen. Vielleicht kannst du, ich kann mir mal hier so den, haben wir hier so den. Das ist ein Kaffee aus Brasilien. Das ist. So sieht Rohkaffee aus. Also Rohkaffee ist, ja, nennt sich auch grüner Kaffee, weil es einen leichten Grünstich hat und wenn man mal dran riecht. Aber was riecht das? Das riecht nach Heu. Genau. Also sehr neutral, grasig nach Heu. Das heißt, die Aromen werden erst durch den Rohsprozess freigesetzt. Das heißt, der Rohsprozess sollte möglichst schonend sein, damit man sehr viel vom Charakter des Kaffees, von der Pflanze, von dieser propischen Frucht tatsächlich im Kaffee drinnen bleibt. Was in der Industrie passiert, dort werden halt natürlich Zorhebohnen eingekauft, sehr viel Bruch und so weiter und relativ schlechtes Material. Das wird aber dann so dunkel geröstet, dass es fast verbrannt ist, damit werden alle Fehler weggeröstet. Tatsächlich habe ich dann eher Holzkohle in der Tasse als eigentlich ein wunderbares Getränk, das sehr viel Schichtiges und sehr viel Aromen hat. Kaffee, wie werden die dann produziert? Es gibt natürlich mehrere Verpackungsorten. Und was ist dann eigentlich im Grunde genommen, und ich sehe jetzt hier die Jute-Säcke, also ich weiß nicht, ob das richtig ausgedruckt ist. Ja, das ist die Jute-Säcke. Es gibt ja, du hast mir vorher schon beim Intro, bevor wir die Kamera hatten, es gibt die kleine Säcke. Gibt es die große Säcke, hat es was zu bedeuten? Ob es eine große Säcke ist, große Qualität, kleine Säcke, kleine Qualität? Nein, nein. Es hat teilweise mit den Transportmöglichkeiten zu tun, teilweise mit den Verarbeitungsmethoden. Und was schon so ist, dass Spezialitäten-Kaffees normalerweise maximal 60 Kilo Säcke abgefüllt werden. Aber weil es auch gar nicht so große Mengen gibt davon und weil sie auch meistens von kleineren Österreicher verarbeitet werden. Es gibt dann schon noch so diese, ich kann sagen, Big Bags, wo eine Tonne Kaffee in einen Sack passt, das ist dann das, was in die Industrie geht. Weil die fahren dann mit dem Kran über die Röstmaschine hin, das wird die ganze Tonne auf einmal reingelassen. Das, was du nicht befürwortest? Ich bin halt der Meinung, dass man qualitativ hochwertigen Kaffee kann man nur bis zu einer gewissen Größenordnung erzeugen. Bin ich auch immer die Meinung. Dazu, ich kann es dann gerne erklären, ein bisschen an der Maschine, woran das liegt. Dazu kommt, dass um wirklich guten Kaffee zu haben, um die Aromen zu betonen und um ihn auch sehr bekömmlich zu machen, braucht man eine gewisse Zeit. Im Kaffee gibt es einen Bestandteil, das ist völlig natürlich drin, das ist die Chlorogelsäure. Chlorogelsäure, wenn die im Röstkaffee dann noch drinnen ist, ist das, wo die Leute sagen, ich vertrage keinen Kaffee, ich kriege Magenschmerzen bis hin zu Migräteattacken. So. Ist es aber richtig, dass wenn ich, wie lange ich das Wasser drauf mache, wie Säure der Kaffee wird oder ist es nun ein Fehl? Nein, das hat wirklich tatsächlich mehr zu tun mit dem Röstgrad und dem Anteil der Chlorogelsäure. Das heißt, diese Chlorogelsäure braucht gewisse Zeit und Temperatur, um abgebaut zu werden. Sie braucht mindestens 100 Grad und sie braucht zumindest 10 bis 12 Minuten, um zur Gänze abgebaut zu werden. So, wenn ich heute im Supermarkt einen Kaffee kaufe, dann ist das Industriekaffee, der in riesengroßen Röstanlagen erzeugt wird und teilweise in 90 Sekunden bei 900 Grad durchgeschossen wird. Das heißt, der ist außen verbrannt, minus sozusagen noch roh, die Chlorogelsäure ist eigentlich noch fast eine Gänze erhalten und das ist dann, wo ich sage, ich kriege Sodbretter und so weiter. Oder alle möglichen Zustände. Also jetzt habt ihr, weiß ich, ihr lieber Zuschauer, wo für mich grundsätzlich immer die Frage ist, woran liegt eine Säure? Ich habe auch von vielen Leuten, mit denen ich rede. Ja, ich liebe, ich frage gerne Kaffee, aber morgens brauche ich meinen Kaffee, aber danach habe ich das Problem, wenn ich mehr trinke, dass ich die Magenschmerzen habe. Da geht es meistens auf den, also das Kaffee, also den entkaffeinierten Kaffee, wo ich dann sage, sorry, wenn ich, das ist das Gleiche. Es hilft aber dagegen nichts. Ja, es ist das Gleiche, wenn ich ein Bier trinke oder Alkohol, also da kannst du immer noch Alkohol trinken. Also ich finde, jeder soll trinken, was ihm schmeckt, also ich will jetzt jemanden servieren. Klar. Aber ich habe da das gleiche Problem beim dekaffeinierten Kaffee auch, noch zusätzlich, dass natürlich auch ein technisch-chemischer Prozess ist, das Kaffee rauszulösen, was auch nicht wirklich gesund ist. Was hilft tatsächlich, ist eine handwerkliche Röstung über eine gewisse Zeit und um zurückzukommen, was passiert, wenn ich den Kaffee länger auslauge, also als Filterkaffeemaschine länger im Wasser stehen lasse oder auch bei der Espressomaschine, wenn ich ihn sehr lange durchlaufen lasse. Es wird immer mehr Bitterstoffe herausgezogen. Das heißt, je länger der Kaffee ausgelaugt wird, umso mehr Bitterstoffe wird herausgezogen. Und eigentlich das, was die Kaffeearomen ausmacht, die sich ja von klassisch schokoladig-nussig bis hin ins fruchtige spielen können, werden dann durch diese Bitterstoffe übertüncht. Jetzt hast du gerade den Geschmack Karamell-Schokobst. Wenn ich jetzt, wie die Kaffee die Bruna aus Brasilien gesehen habe, die Bruna hat ja nur einen Kaffeegeschmack. Wie kommt man jetzt zum Beispiel den Karamell-Geschmack, den Schoko-Geschmack, die ihr jetzt zum Beispiel die Emiliana drin habt, die ich zum Beispiel liebe, wie kriegt man diesen Geschmack dann ein? Das hat ausschließlich nur mit dem Rohkaffee zu tun. Ich sage, es gibt sehr viele Parallelen zum Wein und Wein schmeckt ja auch nicht nur nach Wein. Wein hat ja alle möglichen Aromen, von Beeren, tropische Früchte bis hin zu Vanille, als mögliche kann man in Weizen. Und so ähnlich ist es beim Kaffee auch. Wenn ich sehr hochwertig Rohkaffee verwende, dann finde ich dieses ganze Aromenspektrum dort drin. Und Kaffee schmeckt ja nicht nur nach Kaffee, sondern Kaffee hat dann, hängt es natürlich auch vom Röstverfahren ab, das ich verwende. Wenn ich den Kaffee etwas dunkler röste, so wie wir es machen, dann kann man halt eher das Schokoladige betonen. Wir kaufen zum Beispiel Rohkaffee-Sende von Haus aus einen sehr hohen Stärkegehalt. Wie gesagt, das ist eine tropische Frucht, die beinhaltet ja auch Zucker. Und wenn ich halt Kaffeesorten kaufe, die einen höheren Stärkegehalt haben und die röste, dann wird auch das Süße betont. Das heißt, da kommen auch so karamellige Noten dann natürlich dazu. Das ist ein bisschen unterstützt von fruchtigen Nuancen. Mitverdauer hat einen spannenden Geschmacksentruck am Gaumen und macht sehr viel Freude. Das ist ja auch das, was man auf der Verpackung bringt. Bei mancher Verpackung steht es drauf, manche Stärke 7, Stärke 6, Stärke 5. Mit welcher Stärke arbeitest du denn? Weil ich finde es schön, ich habe jetzt... Hallo! Hallo! Wir sind gerade im Interview! Na, kommt mit rein! Kommt mit rein! Kommt mit rein! Das ist ja das Herrliche, das ist das Normale, das gehört dazu. Liebe Zuschauer, nicht erschrecken, wir haben Besuch bekommen und das ist das gute. Die Chefin ist das. Die Chefin darf bitte gerne ins Programm mit reinkommen. Servus! Hallo, ich bin der René, grüß dich. Hallo, ich bin der Doris. Nachnamen brauche ich ja nicht erwähnen. Das ist das ganze Kaffee, das heißt auch die Doris Gansi, die Chefin hier des Hauses. Und wir waren gerade bei der Stärke von Arabica oder die Note und ich hatte gerade noch die Frage, mit welcher Stärke arbeitet ihr dann durch? Also die, die, diese Stärke, was eine Stärke bedeutet, das ist eine Schmacksintensität. Und die ist sehr stark abhängig auch vom Röstgrad, den ich verwende. Das heißt, wenn ich den Kaffee halte, sehr dunkel röste, dann werden diese Schoko und auch Röstarome sehr stark betont und das nimmt man sehr intensiv und kräftig dann wahr. Was wir rösten, wir rösten klassisch nach Triestiner Art, Triestiner Röstung. Wir sagen immer, nicht zu hell, nicht zu dunkel, gerade richtig. Das heißt, nicht zu hell, dass es in der Kaffeesaison nicht säureig betont ist, sondern dass Kaffees süß und schokoladig und nussig sind, aber auch nicht so dunkel, dass sie dann verbrannt schmecken oder so. Also bei euch schaffe ich es tatsächlich, wo ich von Holland nach Deutschland gekommen bin, habe ich ein tierisches Problem mit dem Kaffee. In Holland habe ich Kaffee schwarz getrunken, in Holland war für mich das Sprügel normal. Komme ich nach Deutschland und denke, leck mich am Arsch. Entschuldigung, die ist ausdrücklich, aber mir hat den Kaffee nicht mehr geschmiert. Okay, habe ich einen Mittelweg gefunden, da kam Herr Österreich hin und die Österreich war für mich weg. Ich habe nichts gefunden. Ich bin jetzt zwar bei Black & White von Edu Schoko gelandet, weil das für mich vom Geschmack des Nächsten reingekommen ist. Dann kam es eben ein wenig, Entschuldigung, ich mache jetzt keine Werbung vor, ich habe es jetzt der Assata-Sohn, ich habe jetzt die Geschmacksrichtung gefunden. Emiliana Schmich, das ist der beste Kaffee, das hat den Karamell-Geschmack, den Kakao-Geschmack, für mich das angenehmste. Für mich persönlich gehört zu jedem Frühstück, zu jedem Mittagessen, zu jedem Artessen, gehört einem richtig guten Kaffee. Und bei uns ist es nicht gegangen, jetzt habe ich das verstanden, natürlich durch die große Masse, dass da die Qualität darunter leidet. Jetzt kommen natürlich auch viele Leute, die wir uns kennen, machen. Wie gesagt, wenn mir der Kaffee schmeckt, ist es mir egal, was es kostet, aber viele Leute sagen, wenn ich jetzt 10 Tassen am Tag trinke und ich habe 250 Gramm in meinem Kaffee, dann ist natürlich eine finanzielle Sache, kann ich mir nicht leisten. Ich habe gesagt, naja, das ist für mich keine Argumentation, weil jemand, der ein Bier trinkt, der kauft sich auch eine Gästebier, der Leas kauft den nächsten. Oder eine Flasche Wein, die es in gewisser Qualität hat, kostet es auch auf einmal weg und mit einem Kilo, wenn man ein normaler Trinker ist, Kaffee kommt man mit einem Kilo ein Monat aus. Du offensichtlich nicht. Ist das wahr? Und wenn man das dann auf die Tassen runterrechnet, ist es echt ein leisbarer Genuss. Ich finde es persönlich. Genuss muss man nicht sprechen. Ob die Tasse dann 2 Cent oder 3 Cent mehr oder weniger kostet, man soll sich auch etwas Gutes tun. Finde ich deine Meinung. Wie gesagt, bei Qualität sollte man nicht auf den Preis achten, im Prinzip. Weil man sagt ja halt auch, man möchte ja auch morgens die Kaffeemaschine drücken und sagen, ich möchte mit Gynos trinken. Nicht irgendwie diesen Produkt, diesen Massenproduktion, wo man denkt, naja, ich brauche den Kaffee zum Wachwerden, aber es schmeckt man eigentlich gar nicht. Ich mache Milch rein, ich mache Zucker rein. Ist eigentlich nicht das. Das ist das Erste. Man soll sich ja schon aufs Aufstehen freuen, dass das erst dann einfach eine Tasse guter Kaffee ist. Da beginnt der Tag nicht besser. Das ist ein guter Verkäufer. Kaffee ist ja erster Linie einmal ein Genussmittel. Und das macht ja absolut keinen Sinn, etwas zu trinken, so schlechten Kaffee zu trinken. Wie gesagt, ich trinke ja kein schlechtes Bier und keinen schlechten Wein. Nur weil, außer aus, ich bin Alkoholiker, wenn ich mich betrinken will, dann trinkst du wahrscheinlich sogar Rasierwasser oder irgendwas. Aber so ist das halt beim Kaffee auch. Also das ist in erster Linie ein Genussmittel. Und wie du alles sagst, wenn es dann auf die Tasse runterhält, klar, kriegst du viel billigere Kaffee. Ja? Da muss man immer fragen, warum ist der Kaffee so viel billiger? Und ich empfehle dann jedem einfach einmal, dann macht einmal eine Packung Kaffeebohnen auf. Irgendwas, ich nehme jetzt keinen Namen, aber irgendwas und sagt so, für 6 Euro am Kilo kostet. Schaut euch die Bohnen an und schaut euch einfach optisch Bohnen an aus einer handwerklichen Rösterei. Wir haben einmal eine Verkostung gemacht mit einem Blindtest und da haben wir einen Piraten hineingeschummelt. Und erstens, also ein Paket aus dem Discontmarkt, das bereits ein halbes Jahr bei uns offen in der Rösterei stand. Es gab welche, die an diesen Geschmack so gewöhnt waren, dass sie gesagt haben, ja, das schmeckt eh gut. Und dann gab es mir einfach nur so Assoziationen. Was ist denn das Erste, was dir am Geruch auffällt? Und da kamen Aussagen wie ungeputzte Sakristall, rostige Ankerkette, nasser Wanderrucksack. Also wenn er mal Kaffee so riecht, dann sollte man vielleicht doch die Marke wechseln. Das ist das Lustige jetzt an die Bohnen, was ich persönlich auch immer sehr gut finde. Was ist? Alles gut? Wir haben ja die Bohnen, die gibt es ja, ich persönlich mache die Bohnen immer auf und sehe, entweder glänzt oder sind fettig oder sind trocken. Was ist jetzt, bevor wir kurz zum Red machen, was ist jetzt eine gute Bohnen, jetzt mal ausgerechnet von eurer Bohnen, wenn du sagst, ich gehe jetzt in den Shop und hole mir jetzt eine Tüte. Weil Qualität erkennen kann. Also wichtig ist einmal, es sollten ganze Bohnen sein. Wenn das ein Bruch besteht, ganz besonders gefährlich ist es. Wir haben ja keinen gemahlenen Kaffee, aber wenn man bereits vorgemahlenen Kaffee kauft, da kommt halt meistens sowieso nur mehr der Bruch hinein. Aber wenn wir den ganzen Bohnen einfach auf das Bohnenbild schauen, auf die Gleichmäßigkeit, hat es viele uneinheitliche Flecken, dann sind das Defekte der Bohnen. Es kann durchaus sein, dass sie glänzt. Sie werden, wenn sie relativ dunkel geröstet werden, kommen sie dann so langsam ins Ölige. Also man sollte das vermeiden, wenn das jetzt wirklich nur ein schwarzer Kohlestück ist, die glänzen. Das wird dann die Qualität nicht sehr förderlich bringen. Aber ein bisschen glänzen können sie schon, wenn sie richtig dunkle Röstungen sind. Aber es sollte einfach gleichmäßig sein. Also liebe Zuschauer, wir werden nachher noch ein bisschen in den Detail gehen. Wir werden auch noch ein bisschen gucken, die Maschinen. Wir machen jetzt einen kurzen Break, damit ich mir noch ein paar andere Sachen mache. Wir haben auch noch einen Zuschauer, der keine Ahnung von dir oder dir oder eine Frage stellen muss. Die rufen wir aus Essen an. Die ist grundsätzlich in uns in jeder Interview dabei. Die Karin aus Essen. Die würde gerne was stellen. Und dann gehen wir in die Produktion. Also ich sage, ja, ihr könnt hier fast den ganzen Tag bleiben, weil es mir einfach Spaß macht, wenn ich alles wissen will. Weil für mich ist das mein Getränk. Es gibt für mich kein anderes Getränk, was ich schon liebe. Überall soll alle sagen, du schlafst rein mit Kaffee, mit einem doppelten Espresso. Ich sage, ich kann noch mein Cepa-Espressionsbett gehen. Ich schlafe dadurch. Ich kriege auch keine Herzensbuchstürkungen. Ich kriege auch keine Magenschmerzen. Nur bei schlechten Kaffee. Dann brauchen wir Kaffeepause. Ja. Also, meine Leute, wir sehen uns gleich wieder in Teil 2. Dann werden wir noch ein bisschen mehr über die Produktion reden. Ich habe jetzt den Ablauf, den ich vorbereitet habe, habe ich völlig unbeschmissen. Die Tores hat mir völlig unbeschmissen. Die Tores hat mir völlig aus dem Tank gebracht. Aber das gehört nochmal dazu. Und das macht es aber so spannend. Also, meine Leute. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Und dann gehen wir in die Details. Danke euch. Ciao, ciao. Ja, bleiben Sie dran. Es bleibt spannend und interessant. Und der Duft nach Kaffee. Es schmeckt nach mehr. Ich freue mich auf euch. In Teil 2. Kanzi Kaffee. Bis gleich. Ciao, ciao.